Wenn du im Urdal fragst nach schwarzem Gold, geh nie am Platz versteckt im Zierbenwald, wo Tennis-Sportler Traditionen leben. Der Bergbau hat sich härter gemacht, im Platz hab's oft nach dem Antoni schacht. Bei jedem Spiel werden sie alles geben. Weil wenn's aus Fonsdorf kommst, hast Feuer im Blut, dir find' der Halde brennt noch immer die Kluat, wie uns ein Leidenschaft für Tennis und die Natur. Und wenn's dann Abend wird, gehen wir bestimmt nicht heim, weil wir noch so viel zum Besprechen haben und wann der Mond aufgeht, find' man immer noch schwarzes Gold. Ja, wir san' die Freunde der Natur, trinken Cola sicher niemals pur. Wir trainieren jeden Freitag bis spät in die Nacht, das hat uns jedes Mal mental noch stärker gemacht. Wenn wir auswärts spülen im Zierbenland, san' wir bekannt für unser Tennis-Gwand. Wenn die Uranies kommen, gib's nicht viel zum Holen. Da ist ein Match auch schon um 12 Uhr aus, aber wenn's passt, kommen wir erst morgens aus, weil wenn's noch Geld suchst, muss der Mond aufgegangen sein. Ja, wir san' die Freunde der Natur, ja, wir san' die Freunde der Natur, trinken Cola sicher niemals pur. Wir trainieren jeden Freitag bis spät in die Nacht, wir trainieren jeden Freitag bis spät in die Nacht, das hat uns jedes Mal mental noch stärker gemacht. Wir trainieren jeden Freitag bis spät in die Nacht, das hat uns jedes Mal mental noch stärker gemacht. Wir trainieren jeden Freitag bis spät in die Nacht, bis zum FC Charży